Dieser Handyspieler von Minecraft C-Table Server ist schon seit 6 Stunden dabei, sein Grundstück auszuhüllen. Das heißt, er will jeden einzelnen Steinblock, der hier steht, komplett abbauen, damit er ein leeres Grundstück zum Bauen hat. Und weil er noch nicht mal ansatzweise die Hälfte von dem Grundstück ausgehüllt hat, und ich weiß, wie schwierig das ist, auf dem Handy sowas zu machen, habe ich mir eine richtig geile Überraschung für ihn überlegt. Denn weil ich Admin-Rechte habe, kann ich mit einem einzigen Befehl sein gesamtes Grundstück aushüllen. Und zwar genau so. Ich habe dem Spieler jetzt ungefähr 3 Tage Spielzeit erspart, dieses Grundstück auszuhüllen, weil es ist einfach richtig langweilig, die ganze Zeit nur Stein abzubauen. Und ich glaube, er freut sich darüber, dass er das jetzt nicht mehr machen muss. Und wenn ihr dem Spieler auch eine Freude bereiten wollt, könnt ihr jetzt einen Daumen nach oben da lassen, denn pro Like auf diesem Short werde ich ihm 100 Dollar auf seinem Minecraft-Konto überweisen und pro Kommentar, den er schreibt, werde ich ihm einen Diamanten schenken. Er schreibt gerade sogar, danke, was kann ich dir dafür geben? Du brauchst mir gar nichts geben. Viel Spaß mit deinem Grundstück und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.